Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Kip Subanova. Ein weiteres Video und wie ihr schon am Titel erkennen könnt, Leben wie ein Alien. Jawohl. Und zwar, ich habe mich inspirieren lassen von ausgefallenen Lebensstilen. Leben wie in den 50er Jahren, Leben wie im viktorianischen Zeitalter. Es gibt ja auch Leute, die leben wie im Mittelalter oder keine Ahnung, wie in den 70ern oder wie auch immer. Und ja, das hat mich total inspiriert und ich habe mir gedacht, warum nicht leben wie ein Alien, beziehungsweise wie ein Barb-Alien. Und dazu möchte ich euch einige Bilder zeigen. So, hier seht ihr ein paar Bilder, die ich mal ausgesucht habe. Also, das sind nicht alle, aber hier sind ein paar Entwürfe und Scribbles dabei aus dem Film, die verwendet, aber auch nicht verwendet wurden. Fangen wir mal gleich mit dem Bild an, um das es geht. Nämlich das hier. Das ist Kips Zimmer. Also, mein Zimmer. Und ja, ich habe vor, da wo ich wohne, mich so einzurichten und so meinen Wohnraum zu gestalten, dass es aussieht wie in dieser Welt, wie auf diesem Planeten. Wie ihr seht, hier ist alles sehr rund, sehr, ja, sehr organisch, als wenn es gewachsen wäre. Mich erinnert zum Teil die Möbel hier, ein bisschen an den 70er-Jahre-Style. Hier ist das Haus. Ja, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Kommen wir mal zum Zimmer zurück. Und das gefällt mir ziemlich gut und das würde ich gerne umsetzen. Gehen wir mal, ja, jetzt gehen wir zu dem Haus. Das ist zum Beispiel ein Entwurf von dem, das Haus von den Supernovas, das leider nie, das es leider nie in den Film geschafft hat. Was ich schade finde, weil das hier viel, ja, mir viel besser gefällt. Das scheint so eine Art Vater-Sohn-Moment zu sein. Also Kip und Gary, er zeigt irgendetwas, da startet gerade ein Raumschiff. Ist leider, hat es leider nicht in den Film geschafft. Ja, hier ein zweiter Entwurf, also aus einer anderen Perspektive. Sieht aber dem anderen Entwurf sehr ähnlich. Auch hier die Gebäude sind mitten in der Natur. Baumhohe, Pilze oder Bäume, die wie Pilze aussehen. Und die Häuser sehen aus, als wären sie herausgewachsen. Ja, hier die Familie Supernova, nehme ich mal an. Das ist dann ein Entwurf, ein handgezeichneter Entwurf von Kips Zimmer. Und so wurde er auch für den Film übernommen, wie man sieht. Das ist dann der Wohn-, Küche- und Essbereich von dem Haus. Also hier ist der Eingang, nehme ich mal an die Haustür. Und dann geht man direkt rein. Und das ist auch so etwas, wo mir gefallen würde. Wo ich gerne bauen würde, wo ich einrichten würde. Und hier sehen wir, das ist jetzt eine Filmszene, wo Gary auf Kips Bett sitzt. Und ja, also so hätte ich das gerne. Jetzt ist natürlich, ist es so, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ja, hier sehen wir dann nochmal die Filmszene. Also hier, Kip guckt jetzt gerade zum Fernseher. Und das ist Küche-Bereich, Ess- und Wohnbereich. Gehen wir mal zum Zimmer. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, ich richte da, wo ich bereits wohne, mich entsprechend ein. Ich muss euch sagen, in meinem Zimmer ist jede Menge Krempel und Krams, den ich zum größten Teil nicht mehr brauche und auch nicht mehr möchte. Also Platz schaffen wäre kein Problem. Und für mich wird es auch Zeit für eine Veränderung, für etwas Neues. Leider ist es so, dass die Möbel oder auch das Aussehen der Räume nicht so geschnitten ist, wie jetzt da, wo ich wohne. Also ich könnte mir zwar jetzt irgendwie Möbel besorgen, die ähnlich aussehen wie die Möbel hier jetzt in dieser Szene, Bilder oder irgendwelche Accessoires, das sind kein Problem, oder ein Teppich oder sowas. Wäre aber dann nicht hundertprozentig authentisch. Also es würde nur ähnlich aussehen. Aber wie gesagt, das wäre die einfachste, schnellste und kostengünstigste Variante. Ja, Umsetzungsmöglichkeit. Die zweite ist, springen wir mal da her. Die zweite Möglichkeit wäre, Grundstück kaufen, sich erkundigen, ich weiß nicht, Architekturbüro, Tritra Tralala und einfach von Grund auf so ein Haus aus dem Boden zu stampfen und wirklich selbst zu bauen und so zu bauen, wie es in dem Film aussieht. Also das wäre die, ja, das wäre die, die, wie sagt man, die beste, die beste Möglichkeit. Aber gleichzeitig die aufwendigste und vor allem teuerste, weil ein Haus zu bauen ist somit das, das Kostenaufwendigste, was man sich als Brutonormalverbraucher, als Durchschnittsbürger leisten kann oder leistet. Das würde bedeuten, Kredit aufnehmen, Baufinanzierung und so weiter und so fort. Was ich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt nicht Millionen oder so oder wirklich reich wäre oder gar nicht machen würde. Dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich kaufe einfach ein Haus, wo schon da ist. Es muss ja kein großes Haus sein. Das wäre wirklich so ein schönes, kleines, schnuckeliges Häuschen. Das kann dann von außen wie ein normales Haus aussehen und man richtet sich innen drin so ein. Das wäre die dritte Möglichkeit, die so zwischen Möglichkeit eins und zwei praktisch steht. Wäre von den Kosten, ja, es kommt darauf an, was man für eine Immobilie kriegt. Das Problem bei Immobilien ist nämlich die, man kann sich nicht einfach für, sagen wir mal, für 50.000 Euro ein Haus kaufen, das dann auch schon bewohnbar ist. Also, wer die Sendung Schnäppchenhäuser kennt, weiß, dass es zum Teil Immobilienobjekte gibt, die im dreistelligen Tausenderbereich sind und total baufällig sind und total ruinös zum Teil sind, was ich ja schon ziemlich unfair finde, weil wenn man 100.000 Euro irgendwo hinblättert, sollte man eigentlich eigentlich sofort einziehen und da drin wohnen können, wo schon alles da ist, also wo Wasser, Strom, Heizung und so weiter und so fort. Das wäre natürlich die Voraussetzung dafür. Was mir, was ich da gerne hätte, wäre dann natürlich so ein Eingangsbereich, dann so eine, das sieht man jetzt hier nicht, ich habe jetzt gerade kein Bild davon, auch so eine Wendeltreppe, geht dann so, eine gesprungene Treppe, gehen so nach oben und da ist dann das Arbeitszimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, entweder oben oder unten Badezimmer. In Deutschland ist es leider so, dass Häuser nicht so geschnitten sind, dass wenn man reinkommt, gleich in in einem Wohn- und Essbereich ist, da müsste man dann bei bestehenden Hauswände einweisen, beziehungsweise das Innen so ausbauen, dass es dann so aussieht. Also so wäre es natürlich optimal, auch mit den beschwungenen Dingen, dass da so eine Treppe runtergeht in den Wohnbereich, wäre natürlich, wenn man von Grund auf selbst neu baut machbar. Wie ich es mache, weiß ich noch nicht. Was auf jeden Fall machbar wäre, ist schon mal das Zimmer, da wo ich jetzt gerade sitze und gerade das Video aufnehme, wäre so was auf jeden Fall machbar. beim Bett bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich habe schon ein bisschen angefangen zu recherchieren und zu googeln, wenn man da ovale oder runde Betten als Suchbegriff eingibt, dann werden mir keine Betten eingezeigt, sondern Hunde- und Katzen- Schlafkörper. Wenn, dann gibt es kreisrunde Betten, aber auch nur in so Special Interest angeboten, was mir auch nicht so toll gefällt, deswegen habe ich mir gedacht, ja, so ein ganz normales Bett würde es auch tun, ja, oder es wäre eine Sonderanfertigung. Da kenne ich mich bei Betten kenne ich mich leider nicht so aus. Ja, das wäre schon mal das. Ich würde euch da, ja, sehr gerne auf dem Laufenden halten, wenn ihr wollt. Ihr habt jetzt hier eine Mischung gesehen aus Entwürfen, die für den Film verwendet wurden und Entwürfe, die es leider nicht in den Film geschafft haben, beziehungsweise wo auch die Konzept-Artists und Designer nicht sehr fair behandelt wurden. Das ist aber, das wäre aber ein Thema für ein separates Video, wenn euch das interessiert, zeige ich euch mal die Entwürfe und die es sowohl in den Film, aber auch nicht in den Film geschafft haben. Würde ich euch gerne zeigen und dazu etwas erzählen, wenn ihr wollt. Das war es von mir. Was haltet ihr von dieser Idee? Also, ich finde sie super. Lebensstil Leben wie in den 50er Jahren oder wie im viktorisch-ianischen Zeitalter Leben wie ein Alien. Ich würde euch da sehr gerne auf den Haufen enthalten, wenn es euch interessiert und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bleibt neugierig und bis bald. Tschüss! Musik Bis zum nächsten Mal.